Dann darf ich jetzt die erste Rednerin auf dieser Versammlung ankündigen. Sie ist Mitglied im Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte und wird uns hier etwas zur Verfassungsfeindlichkeit der geplanten Impfpflicht erzählen. Großen Applaus für Karin Haag! Ja, also im Schatten des Ukraine-Krieges hat der Bundestag am 17.03.2022 erstmals über die konkurrierenden Anträge zu einer allgemeinen Impfpflicht beraten. Bereits Anfang April 2022 soll endgültig über die Einführung einer Impfpflicht abgestimmt werden. Damit das Gesetz in Kraft treten kann, muss nicht die Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages, es werden 369 Stimmen, zustimmen. Vielmehr ist die Mehrheit der anwesenden Abgeordneten ausreichend. So wie viele Abgeordnete der Grünen und anderer Parteien auch, hat auch die Heidelberger Bundestagsabgeordnete der Grünen, Frau Dr. Franziska Brandner, den Gesetzesentwurf zur Aufklärung, Beratung und Impfung aller Volljährigen gegen SARS-CoV-2 mit eingereicht, wonach Personen, die seit mindestens sechs Monaten ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland und das 18. Lebensjahr vollendet haben, verpflichtet werden sollen, ab dem 1. Oktober 2022 über einen Impf- oder genesenen Nachweis zu verfügen. Den Entwurf dieses Gesetzes folgend soll die Bundesregierung die Intervallzeiten, die nach jeder Einzelimpfung für einen vollständigen Impfschutz abgewartet werden müssen und die zwischen den Einzelimpfungen liegen dürfen, festlegen. Es besteht wenig Zweifel, dass das Gesetzesvorhaben auf ein Zwangsabonnement für halb- oder vierteljährliches Nachimpfen abzielt. Das Vorhaben dieser Abgeordneten ist jedoch weder mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland noch mit dem Völkerrecht vereinbar. Die Verpflichtung aller Volljährigen zur Impfung gegen Corona greift vor allem in den Schutzbereich der Grundrechte aus Artikel 1 Absatz 1 Menschenwürdegarantie, Artikel 2 Absatz 2 Recht auf Leben und Gesundheit und Artikel 4 Absatz 1 und 2 Religionsfreiheit ein. Da die Europäische Arzneimittelagentur sowohl die Wirksamkeit als auch die Unbedenklichkeit der Corona-Vakzine noch nicht abschließend beurteilt hat, sind diese nur bedingt zugelassen. Klinische Studien belegen, dass Impfkomplikationen bei aktuellen Impfstoffen sogar zu Todesfällen führen können. So verzeichnet das Paul-Ehrlich-Institut in seinem Sicherheitsbericht vom 07.02.2021 bis zum 31.12.2021 die Anzahl von 2.255 Verdachtsmeldungen über einen tödlichen Ausgang der Impfung. Durch die Einführung der Impfpflicht trifft der Staat pauschal die Abwägung, dass derjenige, der schwere Nebenwirkungen erleidet, dies zum Schutz der Allgemeinheit hinnehmen muss. Das verletzt die Menschenwürde des nicht freiwillig Geimpften. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Leben und Gesundheit eines Menschen nicht gegen Leben und Gesundheit eines anderen Menschen abgewogen werden darf. Um es klar auszudrücken, mit der Anordnung der Impfpflicht nimmt der Staat den Tod von Menschen in Kauf. Ohnehin ist ein Eingriff in Grundrechte nur verfassungskonform, wenn er einen legitimen Zweck verfolgt. Durch die Impfpflicht aller Volljährigen gegen SARS-CoV-2 kann weder Herdenimmunität hergestellt, noch die Zahl der Infektionen signifikant eingedämmt werden. Die aktuellen Impfstoffe sind für den zuverlässigen und nachhaltigen Fremdschutz nicht geeignet. Denn neuere empirische Studien zeigen, dass es keine oder nur minimale Unterschiede in der Infektiosität zwischen Geimpften und Ungeimpften gibt. Auch die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems besteht nicht. Die Infektion mit der aktuell dominierenden Virusvariante Omikron führt in der Regel zu Krankheitsverläufen, die weder eine Krankenhausbehandlung noch eine Überweisung auf die Intensivstation erforderlich machen. Aktuell sind 88,1 Prozent der Intensivbetten in Baden-Württemberg nicht mit Corona-Patienten belegt. Die Einführung der Impfpflicht ist auch nicht verhältnismäßig. Besonders das Medikament Paxlovit reduziert die schweren Krankheitsverläufe ganz erheblich. Die Medikamente sind ein milderes Mittel als die Impfpflicht, mit dem sich gleich effektiv der angestrebte Zweck erreichen lässt. Die Verabschiedung des geplanten Gesetzes würde zudem gegen den Wesentlichkeits- und den Bestimmtheitsgrundsatz verstoßen. Die Wesentlichkeitstheorie besagt, dass im Staat-Bürger-Verhältnis der Bundestag alle wesentlichen Angelegenheiten in grundlegenden normativen Bereichen durch ein Parlamentsgesetz selbst regeln muss. Und bestimmt genug sind Gesetze, wenn der Adressat erkennen kann, was von Rechts wegen von ihm verlangt wird. Da unbekannt ist, welche Impfstoffe gegen welche Virusvarianten in einigen Monaten auf dem Markt sein werden und für welchen Zeitraum sie Impfschutz bieten sollen, würde, wenn das, ich zitiere, Gesetz zur Aufklärung, Beratung und Impfung aller Volljährigen gegen SARS-CoV-2 in Kraft trete, der genaue Inhalt der Impfpflicht nicht durch das Parlament, sondern durch die Bundesregierung festgelegt. Außerdem muss deutsches Recht in Übereinstimmung mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland, die sich sowohl aus der Europäischen Menschenrechtskonvention als auch dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte ergeben, interpretiert und angewendet werden. Nach Artikel des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte beinhaltet Satz 1 das Verbot der Folter der grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung. In Satz 2 stellt der Artikel zudem explizit heraus, insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Experimenten unterworfen werden. Um eine Verletzung von Artikel 7 des Internationalen Paktes zu vermeiden, erfordert die Teilnahme an wissenschaftlichen und medizinischen Experimenten die freiwillige Einwilligung nach gründlicher Aufklärung. Die zurzeit in Deutschland verfügbaren Impfstoffe gegen Covid-19 von Pfizer-BioNTech, von Moderna, von AstraZeneca, von Johnson & Johnson und von Novavax sind als experimentell zu bezeichnen. Ihnen wurde von der Europäischen Arzneimittelbehörde nur eine bedingte Zulassung erteilt, die im Fall der ersten vier Impfstoffe bereits um ein Jahr verlängert wurde. Laut EG-Verordnung kann die EMA bedingte Zulassungen für Arzneimittel erteilen, obwohl keine umfassenden klinischen Daten über die Unbedenklichkeit und die Wirksamkeit des Arzneimittels vorgelegt wurden. Laut den Dokumenten der EMA wird der Abschluss der klinischen Studien und damit der vollständigen Daten erst im Dezember 2023 bzw. Juli 2024 erwartet. Bereits dieser Umstand zeigt, dass die Studien noch andauern. Und das verleiht den experimentellen Impfstoffen einen solchen Charakter. Das vollständige Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil der sonst binnen 10 bis 15 Jahren entwickelten und auf neuen genbasierten Technologien beruhenden Covid-19-Impfstoffen wird somit erst in einigen Jahren bekannt sein. Daraus folgt offenkundig. Und auch wenn der Gesundheitsminister Karl Lauterbach nicht müde wird, zu behaupten, dass die Ungeimpften derzeit die Verantwortung dafür tragen, dass wir nicht weiterkommen, wird die Behauptung durch ständige Wiederholung nicht richtig. Bereits Ende 2021 hat der WONNA-Virologe Hendrik Streeck festgestellt, dass, auch wenn es am Anfang vielleicht so ausgesehen habe, der Begriff Pandemie der Ungeimpften nie richtig gewesen und alle Menschen Teil dieser Pandemie seien. Ähnlich äußerte sich sogar Christian Drosten, der Chef-Virologe der Charité am 11. November 2021 in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Die Zeit. Er sagte, wir haben keine Pandemie der Ungeimpften, wir haben eine Pandemie. Mittlerweile wissen alle, dass auch Geimpfte einen Anteil am Pandemiegeschehen haben. Sogar die Rhein-Neckar-Zeitung hatte in der Ausgabe vom 16.11.2021 ein Interview mit Prof. Dr. Kekulé veröffentlicht, in dem der Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie am Uniklinikum Halle äußerte, dass die Annahme, dass Geimpfte einen relevanten Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten würden, Ungeimpfte einen relevanten Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten würden, von Anfang an falsch gewesen sei. Und soweit der Gesundheitsminister Lauterbach und andere Politiker darauf verweisen, dass es im Herbst zu neuen Virusvarianten kommen könne, die tiefer in die Lunge eindringen und schwere Verläufe verursachen können, rechtfertigt auch das die Einführung der Impfpflicht nicht. Das Grundgesetz setzt dem Staat und seinen Organen enge Grenzen für Einschränkungen von Grundrechten. Eine vorsorgliche Einschränkung von Grundrechten ist nicht vorgesehen. Außerdem ist nicht bekannt, ob die im Herbst zur Verfügung stehenden Impfstoffe konkreten Schutz vor schweren Erkrankungen bieten würden. Zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass die Bundesregierung plant, mit fünf Unternehmen Verträge im Milliardenwert zur Bereitstellung von Corona-Vakzinen bis zum Jahre 2029 abzuschließen. Ein Schämen, der Böses dabei denkt. Die Durchsetzung einer Rechtspflicht zur Impfung gegen Widerstände eines erheblichen Teils der Bevölkerung beschädigt das Vertrauen in das rechtsstaatliche Vorgehen des Staates. Die allgemeine Impfpflicht ist grundgesetz- und völkerrechtswidrig. Dann hören wir jetzt Musik von Jane und Alex vor dem nächsten Redebeitrag. Das war Karin Haag aus Heidelberg. Und jetzt kommen Jane und Alex. Das war Karin Haag aus Heidelberg. Das war Karin Haag aus Heidelberg. Die 充DC Das war's. Was du auch schon gemerkt hast, ist es auch auf dem Fall. Scheinbar ungemerkt, trinkt die Anfektivzahl. Schließen uns alle ein für ein konstruiertes Problem. Keine Durchschaubarkeit, so funktioniert ihr System. Scheiß System. Wenn du auch drüber nach, kannst du auch nicht mehr schlafen. Umgeben und übertönen von eingeschlafenen Schatten. Die Angst, die breitet sich aus, sie ist das, was uns dreht. Was uns dreht. Wir werden zum Schweigen gebracht und mit nem Maulkorb gezählt. So lange haben wir gestiegen. Haben uns in meinem Geschenk, sie ist auf Facebook geblieben. Haben uns dort ausgekostet, wir posten jeden Shit. Hintergrundläut, klingelt schon lang nicht mehr mit. Wir haben uns dort ausgekostet, wir posten jeden Shit. Doch was im Hintergrund läuft. Endlich aufgespracht, so lange haben wir gestiegen. Und werde ich nun erheben, den Menschen sicher bestragen. Denn gegen Ihren Schuhen, dann wählen sie die Zensur. Und es ist längst Zeit. Macht euch bereit. Wir nehmen das Steuer in unsere Hand. Für unsere Zukunft, für unser Land. parausverstehen und rebellieren, denn schweigen geben wir's nicht hin. Wer glaubst du, wer glaubst du, sind jetzt aktiv. Wer glaubst du, wer glaubst du, selbstständig aktiv. Meine Seele stellt sich auf alle Fragen. Wer hier die Lügel hier seht, der kann das gar nicht enttagen. Wer trägt die Schulter an, wer liebe Völker und Willen. Marionette, die haben wir nicht mal gefehlt. An die Schulter an, wer liebe Völker und Willen. Gelächte Marionette, die haben wir nicht mal gefehlt. An allen wichtigen Stellen und auf Konzertuierst. Die Welt wird durchführen bezahlt und nimmt uns alle zu Licht. Wir werden nicht eingekauft, wir werden die Regen investiert. Gegen unseren Bild, hast du denn gar nichts kapiert? Hast du denn gar nichts kapiert? Wer ist kubelos von Blindergier gestiegen? Der Plan wird durchgesetzt mit aller Brutalität. Sie machen jeden zum Opfer, es ist die Finger gelegt. Der Plan wird durchgesetzt mit aller Brutalität. Sie machen jeden zum Opfer, es ist die Finger gelegt. Der Plan wird aus Literatur und Geschichte. Wie wieder soll es geschehen? Doch ihr macht selbst was zu nicht. Die Kinder werden euch fragen mit verhundertem Brust. Willst du ihnen dann erzählen? Du hast von gar nichts gewusst. Die Kinder werden dich fragen mit verhundertem Brust. Willst du ihnen dann erzählen? Willst du ihnen dann erzählen? Willst du ihnen dann erzählen? Hier wird fleißig propagiert. Hier wird mit Stimmung gemacht und dafür dürstlich gespielt. Synchron getrimmt wird unser Meinungsbild und diese hetzenden Geier sind nur auf Spaltungen getrimmt. Synchron getrimmt wird unser Meinungsbild und diese hetzenden Geier. Was nicht so traurig macht, dass dies noch so funktioniert. Ist nicht mal gut gemacht, ist so sehr nicht funktioniert. Auch wenn jemand nicht weiß, dass was zu wissen gibt. Wenn jemand nicht weiß, dass es nicht mehr Zeit für mich gibt. Nicht nur Leute, dass es nicht mehr Zeit für mich gibt. Meine Frau ist nicht mehr Zeit für mich gibt. Auch wenn jemand sagt, dass ich nicht mehr Zeit für mich gibt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020